Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute sind wir wieder bei meinem Sohn in der Küche. Die kennt ihr ja schon von diversen Renovierungen. Und heute gehen wir mal an das Thema Heizung ran. Und zwar folgendes Problem. Jetzt im letzten Winter, oder jetzt ist schon noch Winter, war einfach, war sehr kalt. Und ich hatte damals, ja vor zwei, drei Jahren schon bei meiner Schwiegermutter solche Infrarotheizplatten montiert. Und die haben 900 Watt. Da war das Problem einfach, dass im Winter, von der Raumgröße her, die Leistung einfach zu gering war. Und dann habe ich mir lang überlegt, was mache ich. Ich habe hier in dem Haus noch Öleinzelöfen. Das ist, wie gesagt, ein älteres Haus. Und wir wollen jetzt erst so in ein paar Jahren dann auch das Thema Heizung angehen. Und da war eben so eine Infrarotheizung eine sehr einfache, kostengünstige, schnelle Lösung. Und hat auch sehr gut funktioniert. Was, wie gesagt, wenn es halt sehr kalt ist, war einfach die Heizung von dem Raum her, von der Raumgröße, war zu schwach. So, und was machen wir in dem Fall? Wie gesagt, Infrarot bin ich begeistert. Das funktioniert gut. Also machen wir eine größere rein. Ich habe da für dieses Projekt die Firma IER-Experten gewinnen können. Das ist eine Firma, die vertreibt und berät Kunden für Infrarotheizungen. Ja, die legen aus, was für eine Größe man braucht. Ob es Sinn macht, in dem Gebäude eine Infrarotheizung einzubauen. Und die konnte ich für eine Kooperation gewinnen, um eben hier eine stärkere Heizung einzubauen. Wir haben jetzt hier die Heizung. Das ist jetzt auch, sag ich mal, vom Design her natürlich ein edleres Modell gegenüber diesem, ja, diesem Älteren, was ich damals gekauft habe. Hier ist es einfach nur eine glatte Oberfläche. Ich denke, Blech ist das sogar. Und hier haben wir jetzt eine schöne Glasfront. So, und das nächste Problem, was wir hatten, ich hatte das damals so gemacht, einfach hier mit dem Schalter ein und aus, wo die obere Steckdose eingeschaltet wird. Und das hat sich auch gezeigt, das ist jetzt von der Komfortabilität her nicht optimal, ja. Ja, jetzt machen wir das anders. Und zwar, ich habe auch noch von der Firma IR Experten eine Steuerung bekommen. Das ist einmal ein Funkthermostat und dieser Funkempfänger, der hier oben installiert wird. Die korrespondieren und schalten dementsprechend, welche Temperatur eingestellt ist, diese Heizplatte ein, beziehungsweise aus. Und sogar tagesgesteuert kann man das programmieren. Und ja, das ist halt einfach dann eine komfortablere Sache. Man kann das durchlaufen lassen, je nachdem, was man für ein Programm reingemacht hat. Weil hier haben wir es nachts immer ausgeschaltet und morgens dann wieder eingeschaltet. Und ja, war halt einfach nicht so optimal. Und dafür sprechen wir uns jetzt mit der Methode oder mit der Installation einfach einen besseren Erfolg, auch zum Heizen von dem Raum. Okay, ich würde jetzt nicht so viel Blabla machen. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen was über so eine Infrarotheizung. Aber jetzt bauen wir einfach mal die alte ab und bauen die neue an die Wand. Das ist eine sehr einfache Sache. Ja, wir machen es jetzt einfach mal zusammen, da könnt ihr das dann auch sehen. So, jetzt bauen wir einfach mal die alte weg. Die, soweit ich weiß, ist die einfach nur, ich glaube mit zwei Schrauben, weil die relativ leicht ist. Ja. Das war es ja schon. Einfach nur an der Wand befestigt. Und das war es dann auch schon. Die alte Heizung ist abgebaut. Das ist ja echt cool, wie schnell sowas geht. So, und jetzt legen wir die mal vorsichtig hier drauf, dass der Glasplatte nichts passiert. Genau. So, und jetzt können wir mal die Halter ranschrauben. Da sind sechs Halter dabei. Mit den passenden Schrauben. So, jetzt schauen wir mal von der Höhe, wo wir rauskommen. Ich möchte natürlich jetzt schon gerne, dass die Schraubenköpfe oder die Schrauben, die Dübellöcher, überdeckt sind. Und deswegen... So, und jetzt schauen wir mal von der Höhe, wie das wird. Komm schon. So. Muss man natürlich das irgendwie drehen. Und dann... Noch glatt so. So. Von der Höhe. Können wir ruhig noch ein bisschen höher. dass es nicht stört. Da müssen wir ein bisschen nachstreichen, das ist kein Problem. Aber so würde ich sagen, ist doch gar nicht schlecht. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Strich. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Strich. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Strich. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Strich. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Strich. So, ich habe jetzt meinen Sohn mit eingespannt und jetzt hängen wir das Ganze mal ein. Jetzt müssen wir was gucken, dass es hinter die Unterwagsscheibe geht. Bei dir drin? Mhm. Okay. So. So, vom Gewicht hält das Einwand frei. Da passiert gar nichts. Da kommt ja auch niemand ran oder hängt sich ran oder sonst noch was. So schwer ist das gar nicht und das sieht also jetzt richtig gut aus. So, und jetzt muss bloß da oben das im Prinzip mit dem Empfänger noch eingesteckt werden. Dann können wir das Kabel hier noch ein bisschen verschwinden lassen. Und dann ist das schon optimal. Okay, dann können wir schon jetzt mit der Steuerung anfangen, die zu montieren und programmieren und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, jetzt schauen wir uns mal noch mal an, was wir hier zusätzlich bekommen haben an Steuerung. Ah, brauche ich gar kein Messer, sehr gut. So, das ist jetzt hier zum einen der Empfänger. Da wird nachher die Heizung eingesteckt. Das Schlimmste ist nachher immer die Programmiererei. So, und hier ist der Thermostat. So, das heißt... So, das schrauben wir hier an die Wand. Hier kommen zwei Batterien rein. Oh, hm, zwei Batterien. Ich muss mal geschehen meinen Sohn fragen, ob er die zwei Batterien hat. Wie es halt immer so ist, jetzt haben wir von meinem Sohn seiner Fernbedienung die Batterien rausgeklaut. Und die können wir jetzt hier reinmachen dann. Jetzt müssen wir aber erst mal kurz lesen, wie das funktioniert. Okay. Hier kommen die Batterien rein, dann stecken wir das da rein. Bedienungsanleitung, Funktion, Betätigungstaster, Menü, Uhrzeit, Verbindung. Okay, Verbindung, das heißt hier. Okay, hier programmieren wir dann. Das heißt, wir können jetzt die Batterien auf jeden Fall schon mal reinmachen. Hoffen wir mal, dass die noch gut sind. Oh, ah, okay. Es zeigt was an, Temperatur, sehr gut. Das heißt, jetzt schrauben wir das mal hin. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann programmieren wir die ganze Geschichte. So, und jetzt programmieren wir das Teil einfach mal kurz. Grundeinstellung, Menü. Ah, okay. So, dann. So, dann. So, dann. So, über das Handbuch haben wir das jetzt programmiert. Das heißt, jetzt kann ich das da oben reinstecken. Kann den Stecker reinmachen. Da unten muss natürlich eingeschaltet sein, ganz klar. So, die grüne LED leuchtet. Das heißt, die Kommunikation ist da. Das heißt wiederum, jetzt kann die Heizplatte über den Thermostat gesteuert werden. Und das war es dann auch schon. So, das war es jetzt auch schon fast mit dem Video. Ich wollte euch noch ein bisschen was zur Infrarotheizung sagen. Eine Infrarotheizung heizt Objekte auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze, merke ich sehr schnell die Wärme, die von der Heizplatte in den Körper reinkommt. So wärmt sie aber auch Gegenstände, die im Raum stehen, auf und verbreitet so die Wärme. Also, es ist eine sehr direkte Heizung. Man kennt es auch von den Infrarot-Kabinen, Infrarot-Saunas. Da ist das ja auch so. Und ja, das ist eine sehr angenehme Wärme, wenn man in der Nähe dann sitzt und da angestrahlt wird. Es ist eine einfache Heizung zum Nachrüsten, wenn jetzt in dem Raum irgendwie zu wenig Heizleistung da ist, von der normalen Heizung oder im Keller kann man sie gut reinmachen. Oder eben wie bei mir hier zur Alternative, wenn gar keine Heizung drin ist. Es muss natürlich von der Leistung so ausgelegt sein, dass es ausreichend Leistung hat. In meinem Fall, denke ich mal, wird es jetzt locker reichen hier für den Raum. Und ja, ich finde, es sieht sogar noch gut aus hier mit dieser Glasoberfläche und so. Das sieht viel edler aus, als das, was vorher dran war. Ich mache euch noch zwei Links rein zu der Seite, wo man diese Infrarot-Heizung mal anschauen kann, wo auch der Thermostat dabei ist. Und ja, dann war es das eigentlich schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und schaut doch bei mir mal auf dem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.